Ein neues Video, ein neues Interview zum Thema Bachelor in Paradise, das ist quasi jetzt nochmal ein schöner Abschluss nach dem Wiedersehen, denn es gab ja einen Kandidaten, der gar nicht da war und da dachte ich, da muss ich doch mal nachhaken. Erstens war mich interessiert, warum er natürlich nicht da war und wie das damals bei ihm ausgegangen ist oder besser gesagt, wie es weitergegangen ist, ja, war sein Abgang in der Show, war für mich dann doch ehrlich gesagt sehr überraschend. Wir reden natürlich von Miro, ich habe mir sehr viele Fragen, ja, überlegt, die ich heute klären möchte und ich bin gespannt, los geht's. Willkommen zurück, ich freue mich, dass ihr alle am Start seid, heute wird es spannend, glaube ich, ja, ich bin sehr gespannt, was Miro zu erzählen hat, denn ich werde ihn auch einfach mal so fragen, wie das mit den ganzen anderen Kandidaten eigentlich so war. Also ich sehe ihn hier auf jeden Fall schon, ich mache jetzt auch mal den Ton an, in der Hoffnung, dass die Internetverbindung ganz gut funktioniert, aber ich bin guter Dinge, hörst du mich? Ja, ich höre dich, klar und deutlich. Ja, du bist aus Österreich, ne? Wobei, du hast auch in Deutschland zwischendrin gewohnt, ne? Ja, ich habe in Deutschland Fußball gespielt, in Berlin, in Chemnitz, in Stuttgart und in allen. Spielst du jetzt auch noch Fußball? Nee, ich habe letztens auch mal aufgehört. Okay, und dann hast du gedacht, Bachelor in Paradise ist eine ganz coole Option, um mal so ein bisschen Abwechslung zu bekommen. Genau, genau. Wie ist das entstanden, wenn ich fragen darf? Weil normalerweise ist es ja so, dass logischerweise nur Kandidaten oder Kandidatinnen angefragt werden, die schon mal in diesen Formaten dabei waren. Du warst ja zum Beispiel ein Wildcard-Kandidat, wie muss ich mir das vorstellen? Kommt man dann, schreibt man nicht bei Insta an, oder? Nee, also bei mir war das so ein Mix. Meine Schwester, die Maria, die ist ein riesengroßer Bachelor- und Bachelorette-Fan. Und die hat mich da beworben als Bachelor. Für einen Bachelor hat es anscheinend nicht gereicht. Und dann kam halt die Anfrage, ja, hast du Bock auf Bachelor in Paradise? Da habe ich gesagt, ja, aber da machen doch nur Kandidaten mit, die man halt schon kennt. Und die haben gesagt, ja, aber du hast ja bei Rendezvous im Paradies mitgemacht. Das war so in Österreich. Das war auch sowas wie der Bachelor, ne? Das kenne ich noch. Wir haben nicht, also Österreich hat jetzt nicht die Rechte für den Bachelor, aber das, was am nähersten so dran rankommt, war Rendezvous im Paradies. Und wie du hörst, das Wort Paradies kommt auch da in die Welt vor. Und ich bin halt voll so, ich bin so voll ein Zeichenmensch. Und das war für mich auch ein kleines Zeichen, so, ja, mach das. Ja, nur für die Leute, ich höre es hier manchmal so ein bisschen knacken. Das liegt wahrscheinlich irgendwie an der Übertragung. Die Übertragung ist sonst perfekt, ich kann das nicht ändern, aber es ist nicht so groß störend. Und nur, falls jetzt irgendjemand sagt, da ist irgendwas. Ja, ihr habt, ihr spinnt nicht, ich höre es auch manchmal, aber es ist nicht so schlimm. Ne, das habe ich tatsächlich damals gesehen. Das war doch mit einem, also mit einem zweiten Mann, ne? Ihr habt ja jetzt gerade jetzt, genau. Und ihr kanntet euch von Topmodel. Ja, wir haben kurz davor auf Topmodel gedreht und da haben wir uns kennengelernt. Wir haben uns mega gut verstanden. Und dann, Puls4 hieß der Sender, das Privatsender in Österreich gehört, ja, egal. Egal. Auf jeden Fall, die haben gesagt, ja, wir wollen unbedingt eine Fortsetzung. Und ja, ihr zwei quasi so Best Buddies und ihr macht Urlaub an der Côte d'Azur. Wir waren wirklich an den schönsten Orten Europas. Wir waren in der ältesten Barfilmerie Frankreichs oder der Welt, glaube ich sogar. Wir waren in Monaco, wir waren in Nizza, wir waren wirklich überall. Es war wirklich mega schön. Und zwölf Frauen waren auch noch dabei. Und dann hatte jeder von uns quasi so sechs Frauen. Beim Damir war die Melody. Ja, ja, ich erinnere mich, da hat man fast vergessen. Melody Hase, ne? Die wir ja auch aus diversen Shows hier kennen. Die war in Damir seinem Team. Bei mir hat dann die Anna Hiltrop gewonnen, die kennt man in Deutschland. Ist du eine blonde? Ja, sie ist ein Düsseldorfer Model. Die ist in New York dann bei der Fashion Week gelaufen und so. Sehe ich auch öfters in den Nachrichten. Ja, ja. Aber das heißt jetzt auch, ich meine, das wollen wir jetzt mal gar nicht außer Acht lassen. Das heißt, du oder deine Schwester, ist jetzt egal, du hattest Bock, Bachelor in Deutschland zu werden. Ja. Finde ich eigentlich ganz witzig so. Aber weiß man, warum es nicht geklappt hat? Ne, sagen wir nicht. Schade. Du kriegst keine Begründung. Okay. Und als du dann jetzt Bachelor... Ja. Magst du bei Bachelor in Paradise mitmachen? Ja. Da hast du aber gesagt, okay, hab ich Bock drauf. Ja. Hattest du das? Ja. Ich hab zuerst, ich muss sagen, zuerst war ich noch nicht so ganz überzeugt. Dann hab ich halt meine Schwester gefragt, naja, das musst du unbedingt machen. Das ist mega geil. Und quasi du sparst dir den Umweg über Bachelor oder Bachelorette und genieß es einfach. Ja, dann hab ich auch meine Schwester gehört. Kanntest du die dann alle? Weil ich stell mir das ein bisschen schwierig vor. Weil ich hab mir das, so wie man das ja wahrnimmt, hat man ja das Gefühl, die kennen sich immer alle untereinander, weil die ja alle in diesen Formaten waren, was ja auf dich nicht zutrifft. Das heißt, du kennst die wahrscheinlich alle nicht. Also persönlich kannte ich natürlich niemanden. Ja. Ich hab auch ein, zwei Staffeln mir angeguckt von Bachelor und Bachelorette. Deswegen kannte ich ein paar Kandidaten von Fernsehen. Persönlich kannte ich niemanden. Aber ich denke, man hatte schon das Gefühl, dass man da reinkommt in irgendein Klassentreffen. Ja. Wo sich alle schon kennen. Das war auch ein bisschen so, ich finde, ein Mix von X on the Beach. Ja, 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 absolut. Ja. Ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, woran das liegt, aber man hat immer das Gefühl so, in dieser Bachelor-Bachelorette-Welt irgendwie, jeder kennt jeden. Jeder hat das schon gefühlt. Ja, schön, dass du es aussprichst. Das Gefühl hatte ich nämlich nach dem Wiedersehen auch nochmal. Da können wir auch nochmal dann im Detail drüber sprechen. Es gibt auch andere Menschen in Deutschland. Warum bleibt man nur so unter sich? Ja, ist eine gute Frage. Hast du dich wohl gefühlt dort? Ja, schon. Ich muss sagen, ich hab mich mega wohl gefühlt. Ich hab mich nie irgendwie als Außenseiter gefühlt. Die waren alle super freundlich und nett. Haben mich auch voll aufgenommen. Was war denn das für eine Sache bei dir mit Denise, Jessica heißt sie, ne? Genau, Denise Jessica. Also sie war ja so sehr in love und du hast irgendwie auch signalisiert, dass du Interesse hast. Und dann war das ja aber irgendwie ganz schnell vorbei, weil sie sich ja dann nicht für dich entschieden hat, was mich ehrlich gesagt überrascht hat. Ich glaube, es war ein Mix von vielen Dingen. Zum einen, es ist so, wenn die Kandidaten, bevor die da mitmachen, werden die gefragt, wen die sich so wünschen. Ja. Aus dem Bachelor-Universum. Ja. Ich wurde auch gefragt. Ich hab mir niemanden gewünscht, weil ich ja niemanden kenne. Und ich kann mir kein Bild von einer Person machen, nur weil ich sie mal kurz im Fernsehen gesehen habe. Es ist ja, du weißt ja selber, wie es ist. Ja, ja. Wenn du eine Person in echt siehst, erstens, sie sieht anders aus, zweitens, du spürst ganz andere Vibes, du führst ganz andere Gespräche, so. Deswegen, ich hab gesagt, ja, ich wünsch mir niemanden, so. Ich lass es auf mich zukommen. Andere Kandidaten haben sich Kandidaten gewünscht, die dann auch in die Villa gekommen sind. So, das erleichtert natürlich das Ganze, wenn man weiß, okay, die Person hat mega Interesse an einem. Ja. Umgekehrt genauso. Und so, und da ist ganz oft der Name auch gefallen, Gerda Lewis. Okay. Oder die Judith, die dann auch in die Villa gekommen sind. Ja, ich erinnere mich, ja. Und ich hab dann halt die nicht-jessicher gefragt, hey, ich hab gehört, Gerda soll in die Villa kommen, von den anderen, oder die haben sich sie gewünscht. Stimmt das? Wie denkst du? Wie siehst du das? Und die hat das aber irgendwie ganz falsch verstanden. Die dachte dann nämlich, dass ich sie mir gewünscht hätte. Und das wurde zwar nicht gezeigt, aber ich weiß nicht, wie oft ich von ihr mir anhören musste, ja, du wartest mal, bis die Gerda kommt. Und wenn die Gerda da ist, dann lässt du mich links liegen. Und dann bist du weg. Und ich hab zu ihr gesagt, Denise, ich kenne diese Frau nicht. Ich habe sie noch nie gesehen. Ich habe sie noch nie getroffen. Ich kann, ich habe keine Meinung zu der Frau, die zur Chill mal so kennen und ob da jetzt wer reinkommt oder nicht, das ist jetzt mal egal. Und das hat sie einfach mega verunsichert, egal wie oft ich ihr gesagt habe, sie hat es nicht aus ihrem Kopf rausbekommen. Und was dann natürlich nicht hilfreich war, ist, wenn eine Donja dann hinter meinem Rücken vor der Nacht der Rosen die Frauen aufstachelt, aber auf eine Art, auf so eine miese Art und vor allem, die hat er einfach nur gelogen. Die hat auch den Zuschauer angelogen, weil er da Dinge gesagt hat wie, ja, der Miro ist da lieber nett, aber nur wenn die Kameras an sind, wenn die aus sind, zeigt er so sein anderes, wahres Gesicht, wo ich mir denke, die Kameras waren da niemals aus. Also die liefen da nonstop, sogar in der Nacht beim Schlafen. Und deswegen finde ich es auch mega schade, dass ich wegen einer Corona-Erkrankung nicht beim Wiedersehen sein konnte. Erstens, weil ich gerne wieder alle gesehen hätte, Punkt 1. Und Punkt 2, ich hätte einfach gerne Donja gefragt, wann denn die Kameras da aus waren. Denn die waren da niemals aus. Also, okay, aber ihr kanntet euch auch nicht vorher, ne? Weil das könnte ja jetzt auch der Fall sein, dass ihr euch irgendwie privat kenntnimmt. Ja, eben, eben, eben. Und das war einfach nur ganz miese und billige Stimmungsmache gegen mich. Und was ich auch ganz schlimm fand, sie sagt, ich hätte mein Herz nicht am rechten Fleck, weil ich habe sie massiert am Date und dann hätte ich ihr nicht die Rose gegeben. Also nach der Logik ist jeder Bachelor und jede Bachelorette, die es jemals gab, ein schlechter Mensch oder hat nicht das Herz am rechten Fleck. Weil die waren abgibt und haben dann der Person die Rose nicht gegeben. Aber das ist doch der Sinn eines Dates, dass man jemanden kennenlernt und dann für sich entscheidet, passt das für mich oder passt das nicht für mich. Und massiert habe ich sie nicht aus Jux und Tollerei, sondern ich habe sie massiert, was ein Massagedate war. Aber sag mal, diese ganzen Sachen, die du jetzt gerade so erzählst, also das ist ja auch total krass, weil das bekommst du ja dann erst, wenn ich das richtig verstehe, ja logischerweise bei der Ausstrahlung mitbekommen. Deswegen, ich bin mega froh, dass ich damals ganz gemütlich auf der Couch gelegen bin und mir das angeschaut habe, weil wäre ich gestanden, wäre ich aus den Latschen gefallen, weil Donner, wir hatten dieses Date, so und danach hatten wir nichts mehr miteinander zu tun. Einmal, weiß ich noch, am nächsten Morgen, nach der Nacht der Hosen, kommt die auf mich zu und sagt, kann ich dich was fragen? Ich so, ja klar. Sie sagt so, warum gibst du Denise Jessica die Hose und dann bist du nicht bei ihr oder sprichst nicht mit ihr? Dann war ich so voll verwundert. Ich so, ich habe gerade vor fünf Minuten mit ihr mich stundenlang unterhalten, aber abgesehen davon, ich muss mich auch jetzt nicht rechtfertigen vor ihr. Ich spreche mit wem ich möchte, so und ja, in dem Moment hatte ich das Gefühl, das war einfach eine verletzte Reaktion. Warum nimmst du sie, wenn du sie gar nicht willst? Was überhaupt nicht so den Tatsachen entsprach. Also es war so, ich bin reingekommen in die Villa und also dieser Wow-Effekt, dieser Boom-Effekt, der ist bei mir ausgeblieben, also bei allen Frauen, die dort waren. Das sind tolle Frauen, keine Frage. Es war nur, du kennst das selber, entweder der Funke springt rüber oder nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin jetzt hier, ich sehe das ganze als Experiment. Und zwar möchte ich überhaupt nicht mich jetzt vom Optischen blenden lassen, wie man das vielleicht oft draußen tut, sondern ich gehe wirklich rein nach den Gesprächen. Dort hast du kein Handy. Du bist abgeschlossen von der Außenwelt. Du führst die ganze Zeit nur Gespräche mit, ich weiß nicht, wie viele Frauen waren im Zeitpunkt da, sechs, sieben. Und das habe ich dann auch getan. Ich habe mit jeder Einzelnen ein längeres Gespräch geführt. Und bei Denise, Jessica war es halt von Anfang an, wir haben mega gut harmoniert. Wir haben uns mega gut verstanden. Wir waren extrem auf einer Wellenlänge. Wir haben, ich konnte mit der wirklich stundenlang quatschen, ohne mich zu langweilen oder irgendwie mich entfernen zu wollen. Also wirklich, es hat wirklich gepasst. Und da kommt das Interessante dann ins Spiel. Du kennst doch oft, wenn so Freundinnen, wenn so Freundinnen erzählen, ich weiß nicht, warum meine beste Freundin keinen Typ mehr hat, die ist so, die ist so eine gute Seele und die ist so mega hübsch. Und dann siehst du dir und denkst, hä, die ist doch gar nicht hübsch so, weißt du? Aber dann hat dieser psychologische Effekt, der ist, also den gibt es wirklich, der ist nachgewiesen, dass wenn man jemanden mag, für jemanden eine Sympathie hegt, automatisch wirkt der Mensch attraktiver. Ja, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Und genau so war es bei Denise, bei Denise, Jessica. Ich habe mit jedem Tag, fand ich immer mehr Dinge an ihr, die ich attraktiv fand. So, weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Ich fand das mega interessant und deswegen finde ich es voll schade, dieses abrupte Ende, weil ich mich halt immer mehr hingezogen zu ihr gefühlt habe, einfach nur, weil sie mich so mit ihrer Art gecatcht hat. Das heißt, du hast auch ehrlich gesagt dann da mit diesem Ausgang vermutlich gar nicht gerechnet. Nee, also ganz ehrlich, es läuft so ab, jedes Mal, wenn die Frauen die Rosen verteilen, müssen die Männer die Koffer packen, alle Männer. Ja. Denn wenn du keine Rose bekommst, du gehst, du kommst mir zurück in die Villa. Ja, ja, ja. Ich kommst dir den Koffer raus und sagst schon. Ja, das ist ja übrigens, weil nicht, dass die Leute jetzt denken, wir plaudern ja was aus. Das ist übrigens bei Germany's Next Top Summer und bei allen anderen Shows genauso. Du musst immer den Koffer sofort packen und sofort, wenn du raus bist, weg. Genau. Dass du sofort weg bist. Was übrigens super nervig ist, wenn ich mir überlege, man muss alle paar Tage seinen Koffer wieder packen. Aber gut, so sind die Spielregeln. Aber aus dem Grund machen das die Leute, die sich sicher sind, machen das nicht. Zum Beispiel ein Serkan und ein Loran, die haben ihren Koffer gar nicht gepackt. Und ich hatte, also die Nid-Jessey hatte mir so ein gutes Gefühl gegeben und ich hatte generell das Gefühl, dass wir uns in eine gute Richtung entwickeln. Ich habe auch den Koffer nicht gepackt. Und dann, ja, dann warst du raus. Ja, und dann war ich raus, ja. Ich hatte davor, naja, es war wirklich mega überrascht. Dann war ich raus und dann haben die für mich meine Sachen so gepackt. Gab es danach dann eigentlich nochmal ein Gespräch mit ihr? Nein. Nie wieder? Das finde ich auch mega schade, weil beim Wiedersehen hätte ich mich sehr darauf gefreut, das Gespräch. Was ich mich beim Wiedersehen gefragt habe, sie hat ja gut Feuer gegeben, so den anderen. Wo sie ja eigentlich auch teilweise, finde ich, relativ unbeteiligt war, aber das war sehr, sie hatte so das ganz, warum? Ich muss sagen, ich habe, ich habe, also es ist, ich habe kein böses Blut gegenüber dem ich Jessica. So, ich, ich kann sie auch ein Stück weit verstehen. Ich meine, wenn ich für jemanden Feuer und Flamme bin und ich habe aber nicht das Gefühl, dass es von der Person in mindestens genau derselben Intensität irgendwie zurückkommt, dann denke ich mir auch so, ja, sieht die Person das nicht? Ich will sie so sehr. Warum zeigt sie mir das nicht auch? Und dann vielleicht aus Frust gibt man eine Person an die Rose nicht. Ja, aber stopp, da hake ich jetzt mal ganz kurz ein. Diesen Punkt verstehe ich. Und Denise, Jessica hat ja auch in dieser ganzen Zeit damit zu kämpfen gehabt, dass sie immer das Gefühl hat, die Männer wollen sie nicht so richtig oder sie hat auf die falschen Pferde gesetzt. Aber deswegen habe ich nicht verstanden, warum sie dich dann rausgekickt hat. Weil bei dir war das ja nicht so. Du hast zwar gesagt, ey, pass auf, ich habe Interesse, aber mach langsam. Ich bin nicht jemand, der so schnell und so körperlich wird. Ja, aber sie hat ja damit eigentlich, ich sage jetzt mal, die einzige Person, die wirklich irgendwie Interesse hatte. Ja, ja. Ausgeworfen. Also das macht ja gar keinen Sinn dann, ne? Ich habe es auch nicht verstanden. Bei Moritz war das so, dass er klipp und klar gesagt hat, so, da ist nichts. Ja. Die Angst hatte sie dann bei mir, hat mich dann auch gefragt, wie ich das sehe. Ich habe gesagt, hey, ich habe dir die Rose gegeben, weil ich dich am Interessantesten finde und ich lerne dich gerne kennen und ich will diesen Weg weitergehen. Ich war offen und ehrlich und klipp und klar. Ich habe auch nicht nach anderen Hochzeiten getanzt. Ab dem Zeitpunkt, wo ich Denise Schlesinger die Rose gegeben habe, habe ich mich nur auf sie fokussiert. Also ich war weder links noch rechts schon. Also eigentlich ist es das, was man sich als Frau, glaube ich, in der Villa wünscht. Und ich habe es wirklich nicht verstanden. Auch die Begründung dann, warum sie Zicko, sie hat mit Zicko kein Wort geredet. Also das haben für uns alle mega überrascht. Also auch die anderen. Ja, ja, ja. Aber das meine ich ja. Voll aufs falsche Pferd gesetzt. Nichts verstanden. Ja. Was sagst du denn generell jetzt zu diesem Wiedersehen? Ich will jetzt gar nicht gezielt nach bestimmten Personen nachfragen, sondern erzähl mal, was du über bestimmte Konstellationen denkst, was da so gesagt wurde. Oder vielleicht gibt es ja noch Sachen, die ich noch gar nicht weiß. Was ich noch sagen wollte, weil du vorhin gemeint hast, Denise Schlesinger hat da ziemlich so geschossen. Ja, ja, ja. Voll. Ich fand zum Beispiel, ich fand das nicht in Ordnung, wo sie dann auf Zicko losgegangen ist und gemeint hätte, dass der sich jetzt so quasi auslebt in Köln und dass der es nicht ernst wird mit Sanja. Das mit Sanja war echt unnötig. Also sag doch einfach, dass da nichts ist. Das merkt doch jeder. Ja. Okay. Was ich aber nicht in Ordnung fand, ist, dass Denise Jessica Themen aufreicht, die mit der Sendung jetzt nichts zu tun haben. Ob Zicko jetzt jeden Tag eine neue hat in Köln, das ist seine Sache. Das hat Denise Jessica nicht zu interessieren. Vor allem, die denken ja alle, so der Miro, der Ösi, der sitzt da hinter seinen Alpen und er kriegt nichts mit. Aber ich habe ja jahrelang Fußball gespielt in Deutschland und die Fußballer sind mega gut vernetzt. Okay. Jetzt ist es interessant. Das ist eine Quelle, dass Denise Jessica auch nichts anbrennen lässt in München und Umgebung. Deswegen finde ich es ein bisschen schräg, da jetzt auf andere mit den Fingern zu zeigen. Wenn man in dem Sinn, es ist ja nicht schlechter oder besser. Nein, es ist ja legitim. Genau. Leg dich aus, mach dein Ding, aber wirkt das nicht anders vor. Ja. Das geht nicht. Ja. Und ansonsten, ja, also Zicko und Sanja, das war unnötig. Ich weiß auch nicht, was diese Spannungsmache soll, weil es ist ja gar nicht spannend. Nee, also das sehe auch ich, also selbst als die damals rausgegangen sind, ja, waren, also ich behaupte das jetzt einfach mal, man kann ja nicht in Leute reingucken, aber war für mich klar so, die lernen sich kennen, haben vielleicht ein bisschen Spaß, wenn es passt und dabei bleibt es auch. Also, dass das nicht ernsthaftes wird, das hat man ja schon gesehen. Ich glaube, ich glaube, Zicko war jetzt ein bisschen länger in der Villa und da kommt eine Sanja rein, eine sehr, eine Frau, die auffällt und ja, der hat einfach Bock gehabt auf die, so und dann hat er aber gemerkt, okay, es passt doch nicht. Ja. Und hat dann nicht mehr gewusst, wie er da rauskommt aus der Kiste und deswegen hat er ja dann so die ganze Zeit gedrängt, komm, lass uns gehen, lass uns gehen, wir lernen uns draußen kennen. Die Sendung ist doch dafür da, dass man sich kennenlernt, was gibt es Besseres, also du bist in der Sendung nicht abgelenkt, ohne Handy, ohne irgendwelche Verpflichtungen und du lernst die Frau wirklich kennen, also das war wirklich eine reine Ausrede. Ja, ich glaube, weil du bist dann ein bisschen vor die Situation gestellt, also das darf man ja auch nicht vergessen, dass alles gefilmt wird. Du kannst bestimmt, oder bestimmte Sachen, die du machen möchtest, willst du vielleicht nicht machen. Und ich halte ihn, und das ist ja nichts Negatives, ich halte ihn für jemanden, der sehr clever ist, der genau weiß, was er macht und der auch genau weiß, was er vor der Kamera machen will und was er nicht vor der Kamera machen will. Und ich glaube, dass es für ihn die bessere Option war, zu sagen, komm, wir gehen, weil wir kommen hier nicht weiter, weil ich nicht möchte, dass bestimmte Szenen stattfinden vor einer laufenden Kamera. Ja, so habe ich das wahrgenommen. Ich stimme dir zu, Zipko, also ich mag Zipko wirklich sehr, er ist ein mega, mega lustiger, wir haben voll denselben Humor, das habe ich auch gemerkt, zum Beispiel bei diesem Fragespiel danach, der Schlawiner. Also ich feiere den vollen Typen, ich weiß noch nicht, ob er sich selber einen Gefallen gemacht hat, dass er zu Bachelor in Paradise gegangen ist, weil ich das Gefühl hatte, bei der Bachelorette, auch wenn man sich die Kommentare durchliest, der war ja der große Held der Community, der kam mega gut an. Ich weiß nicht, ob er sich persönlich einen Gefallen getan hat mit Bachelor in Paradise. Ich glaube, an seiner Stelle hätte ich es nicht gemacht, vor allem nicht zu kurz danach. Kann ich dir, stimme ich dir zu, ja, stimme ich dir zu. Da waren ja keine, weiß nicht, ein, zwei Monate waren dazwischen. Und wenn man so weit kommt bei der Bachelorette und dann Gefühle entwickelt, dass man dann so schnell wieder bereit für was Neues ist, wirkt ein bisschen unglaubwürdig, aber man muss eher wissen. Wie hast du das, also ich meine, jetzt sagen die Leute, ja, warum, ich meine, ich will dich, ich frage dich ganz bewusst, weil du ja auch nah an den Leuten dran warst. Wie hast denn du das als Beispiel mit Carina und Gustav empfunden? Die haben ja jetzt dann gesagt, dass sie zusammen sind, dass sie zusammenziehen. Habe ich jetzt nicht so mitgerechnet, wenn ich ehrlich bin, aber du hast ja... Ich glaube, damit hat keiner gerechnet. Ich muss eine Sache zu Gustav sagen. Als ich reingekommen bin in die Villa, ich dachte, ich habe meinen verlorenen besten Freund gefunden. Es war unglaublich. Der Typ hat mich, der hat mich so zum Lachen gebracht. Mir sind die Tränen in die Augen schon wirklich. Also die ersten 24 Stunden dachte ich, das ist mein aller, aller, allerbester Freund. Der hat sich so mich bemüht, was die anderen Frauen gemacht haben, das war gar nichts dagegen. Bis zur Frage, wie findest du eigentlich Carina? Und ich sage noch zu dem, ja, nee, irgendwie die catcht mich nicht. Ich glaube, ich habe da gesagt, ich fand das schon so komisch, wie die sich so geschminkt hat in ihrer Bachelor-Stadt, weil das war immer zu dunkel. Auf jeden Fall, ich habe es nicht gefühlt, weißt du, was ich meine? Ja. Und ab dem Moment war Gustav ein Geist. Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Ich hatte das Gefühl, wir waren in zwei verschiedenen Villen. Und als ich dort war, dachte ich mir, okay, das bilde ich mir jetzt nur ein. Und er hat halt zu tun und er hat zu viel Troubles und so und so. Und dann, als ich dann die ganze Staffel gesehen habe im Fernsehen und vor allem, was er abgezogen hat mit dem Florian, das fand ich ganz, ganz, ganz schlimm. Wo der zu dem hingeht und sagt, hey, mach dir keine Sorgen, Romina, gib dir die Rose. Ich habe das gecheckt, so auf die Art. Wo er kurz davor zu Romina geht und sagt, ja komm, kick den raus, gib mir die Rose. Das fand ich, ich fand das so ekelhaft, wirklich. Also ich finde, das ist die allerunterste Schublade. Und dann auch noch, bei der Nacht der Rosen, als Romina vorne steht mit der Rose, dreht er sich noch so um zu Florian und sagt so, guck mal, ich habe es dir doch gesagt, sie wird dir jetzt die Rose geben. Obwohl er genau wusste, dass er jetzt die Rose bekommt. Obwohl sie dann seinen Namen nennt, dann geht er vor und wie er sich immer so über die Lippe leckt mit der Tünge. So richtig so siegesicher, ich habe es ihm gezeigt oder mein Plan ist aufgegangen. Also ich fand das so manipulativ und toxisch auch in dem Moment. Mega unfair gegenüber den anderen. Ja, also da habe ich mich wirklich sehr geirrt, muss ich sagen, bei Gustav. Das stelle ich mir sehr krass vor. Das stelle ich mir sehr krass vor, wie du das erzählst, wenn man so, man hat ein Gefühl für Leute. Und dann sieht man die Sendung und denkt sich so, das kann ja nicht dahin. Ich dachte, und das denkt ja jeder von sich selber, dass man gute Menschenkenntnisse hat. Aber da wurde ich echt mega getäuscht. Also hätte ich von Gustav nie erwartet, ist aber so eingetreten. Und bei Carina, ich habe das Gefühl, dass Carina einfach nicht weiß, was sie will. Und sie war so ziemlich unschlüssig. Mal war es Brian, mal war es Jani, dann war es wieder Gustav. Dann fragt sie Gustav, ja, was empfindest du für mich? Sagt sie, ja, es ist nur Freundschaft, mehr ist da nicht. Und das war, ich weiß nicht, also man hat wirklich das Gefühl gehabt, sie weiß nicht, was sie will. Und Gustav ist halt ein guter Manipulator, wie er gezeigt hat. Und der hat sich hier quasi so ein bisschen aufgedrängt. Und ich glaube, dass diese Zeit dort doch sehr intensiv ist und einen sehr zusammenschweißt. Und wahrscheinlich denkt sich jetzt Carina wirklich, hey, das ist vielleicht echt der Richtige für mich. Das ist der Mann, den ich immer gesucht habe. Vielleicht ist es ja auch so. So, ich will mich da jetzt auch nicht einmischen. Ich kann nur das beurteilen als Außenstehender, der von Anfang an halt das alles mitbekommen hat. Und ich glaube, dass Carina mit der Zeit vielleicht das Körperliche fehlen wird. Weil sie hat ja immer gesagt, dass sie sich halt nicht hingezogen fühlt zu Gustav. Und klar, vielleicht diese andere Verbindung, die ist so stark und die wird sie für immer zusammenhalten. Aber es kann auch dann in die andere Richtung kippen, wo die dann sagt, ich bin so süß. Und weißt du, was ich meine? Ja, klar. Ich meine, bei Samira und Serkan muss man, glaube ich, nicht so viel sagen. Weil da gab es ja wirklich ein Happy End. Und da habe ich auch wirklich wahrgenommen. Also, man konnte Serkan für viele Momente kritisieren. Aber diese Gefühle, die glaube ich ihm einfach. Also, so 100 Prozent, ne? 100 Prozent, also bei dem Kapol bin ich mir mit Abstand am sichersten. Das Einzige, das Einzige, was sein könnte, ist, wo es interessant wird, auch zu beobachten in der Zukunft. Samira ist Serkan schon intellektuell, sage ich jetzt mal, schon überlegen. Das ist ein Fakt. Also, ich habe das auch zum Beispiel erlebt. Samira hat mal in der Villa irgendein Wort Paranoid oder so, hat sie gesagt. Und Serkan hat irgendwie den ganzen Tag, hat er sein Leben nicht gepackt. So, boah, was verwendest du für Wörter, Paranoid, das habe ich noch nie gehört. So auf die Art. Okay, ja. Muss jetzt aber nichts heißen. Also, ich glaube, Samira ist voll in love. Er ist auch voll in love. Ich gönne es ihm auch total, vor allem nachdem, was letzte Staffel passiert ist, wo er mit Carina, also, da war er wirklich auch sehr involviert mit seinem Gefühl. Also, man kann Serkan vieles vorwerfen, aber nicht, dass er etwas nicht ernst meint. Also, da hat er es wirklich ernst gemeint. Und er hat nicht gut über sie geredet. Also, da ist einiges vorgefallen, so, von ihrer Seite. Er hat ziemlich gelitten, glaube ich, drunter. Deswegen hat er sich auch dieses neue Bad-Boy-Image zugelegt, das dann wieder nicht lange gehalten hat. Das stimmt. Zum Glück war ich von das, ehrlich gesagt, ein bisschen albern, weil ich mir so dachte, so, hä, so bist du ja gar nicht. Also, so habe ich ihn jedenfalls nie wahrgenommen. Er hat jetzt für Gut Show gesorgt in der Villa. Der ist auch reingekommen, wo es ein bisschen so schläfrig war. Der hat dem Garten so ein bisschen einen neuen Vibe gegeben, neues Leben eingehaucht. Aber die zwei, ich wünsche ihnen wirklich das Allerbeste. Und, also, denen glaube ich das auch wirklich, denen glaube ich das. Dass das Ende oder dass es nicht funktioniert hat zwischen David und Judith ist jetzt wahrscheinlich für dich auch nicht so überraschend, oder? Nee, also, Judith hätte sich eigentlich einfach auf ihre weibliche Intuition verlassen sollen. Ich glaube, David, man hat einfach gemerkt, der hat nichts Ernstes so gesucht. Also, der wollte seinen Spaß. Der Junge, der hat wirklich zu tun ohne Ende. Er hat mir so leid getan gestern. Er hat die volle Latina-Ladung abbekommen. Ja, aber ey, komm mal, da muss ich mal, aber, ja, sag du erst mal, ja? Ja, also, auf der einen Seite, es stimmt, was ich gesagt habe, so, jeder findet Zeit. Ja, oder man kann ja eine klare Ansage, genau, man kann ja eine klare Ansage machen. Er hat nach Köln übers Wochenende und trifft dich mit dir einfach, weil es der Anstand einfach verlangt, so. Auf der anderen Seite, es stimmt aber auch, was er gesagt hat. Also, er hat wirklich viel zu tun. Er studiert Medizin, was jetzt kein Publizistikstudium ist. Ja, aber man kann ja trotzdem mal, weißt du mal, ja. Er arbeitet im Krankenhaus und er ist ein gut gebuchenes Model. Das hat er mir auch in der Villa erzählt. Also, er hat schon wirklich sehr viel zu tun. Das ist aber keine Entschuldigung. Wenn man sich die Zeit nehmen möchte, dann findet man die Zeit. Genau, und wenn man es nicht möchte, dann kann man es auch klar sagen. Ich finde es schwierig, wenn man immer auch schon mal so aus eigener Erfahrung, wenn man das Gefühl jemandem gibt, ihn immer so auf Optionen zu lassen. Das finde ich schwierig. Ja, ich glaube, das war auch, als er ihre Mutter kennengelernt hat, was sie mir auch öfters vorgeworfen hat. Ich glaube, David, wir alle sagen nicht gern unangenehme Dinge. Und ich glaube, David war einfach schon so tief in dem Ganzen verwoben. Und er hat sich gedacht, okay, jetzt bin ich schon bei den Dream-Dates. Und wie komme ich da jetzt raus? Natürlich wäre diese Ehrlichkeit immer drum. Und das wäre am besten gewesen, hätte er einfach gesagt, was Sache ist. Man hat auch gesehen, dass er wirklich sehr gelitten hat. Also, das mit dem Geld, das kaufe ich ihm ab. Er hätte ihr den Ring auch ohne Geld nicht gegeben. Nee. Einfach, weil er nicht so weit war. Und als er dann das Geld nehmen musste, weil es die einzige Option war, man hat wirklich gesehen, dass ihn das mitgenommen hat. Weil jetzt steht da wieder Geldgeile, Geier, so. Das finde ich ja, ja gut, aber das finde ich auch ein bisschen albern. Tut ihm auch nicht Geld, aber es war ja auch nicht unbewusst so von der Produktion. Hat ja auch das Ganze ein bisschen spannender gemacht. Ja, aber das ist ja nicht, das ist ja, ich meine, es ist ja entweder oder. Und warum sollte, wie du auch gerade gesagt hast, ja, also jetzt kann man das zur Produktion vorwerfen aus Sicht der Zuschauer. Aber das ist die Option. Also entweder Ring geben oder nicht geben. Oder Ring geben oder Geld, ja. Also jetzt wurde halt das Nichtgeben durch Geld ersetzt. Und dadurch entsteht natürlich... Ja, aber nicht Ring geben heißt ja nicht, ich verkaufe sie so. Weißt du, was ich meine? Ja, 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 genau. Aber die Leute da draußen nehmen das natürlich so wahr. Das ist ja das Ding. Und in dem Moment, wo David das gecheckt hat, das hat er voll mitgenommen. Da war er am Ende. Er hat auch gesagt, ich schäme mich und ich bin zornig und wütend. Weil das einfach so mega beschissen rüberkommt. War aber bestimmt nicht so gemein. David ist ein cooler, lockerer Typ, mit dem ich mich noch mega gut verstanden habe. Der wollte reingehen. Der wollte seinen Hot-Boy-Summer haben. Der wollte eine geile Zeit haben. Ja, und dann wurde das irgendwie ernster, als er es sich eigentlich vorher gedacht hat. Er dachte auch nicht, dass er so weit kommt. Und ja, dann hat er halt mit seinem Gewissen zu kämpfen. Hast du eigentlich da mit irgendwelchen von der Sendung Kontakt? Ja, mit Brian, mit Janni, mit David, mit Lorik. Ja, mit denen habe ich so am meisten. Wie ist denn Lorik so drauf? Weil der hat ja auch viel Kritik bekommen. Da gab es ja auch in der Sendung Obst-Szenen, wo man so dachte, schwieriger Typ im Umgang mit Frauen. Ich habe mich mit Lorik gut verstanden in der Villa. Einfach, weil wir beide aus diesem Fußballer-Milieu kommen. Da versteht man sich halt automatisch so. Also, das mit dem Anspucken, das war ja nachdem, also das war bevor ich gekommen bin. Davon hatte ich gar keine Ahnung, davon hat mir auch keiner was erzählt. Als ich das gesehen habe, habe ich auch direkt Lorik geschrieben, so ey, Digga, das geht gar nicht. Das ist so asozial. Also, ich habe gesagt, ja, ich weiß eh, ich hatte gefüllt 5 Promille. Ich konnte mich auch danach nicht mehr erinnern an den nächsten Tag. Man darf Alkohol nicht immer als Entschuldigung geben. Nee, ja. Das war asozial, das weiß er. Ich glaube, das wird er auch nicht mehr so machen. Aber ich glaube, ich habe das auch schon gespürt, wo ich dort war, dass Denise und Lorik, das war halt rein körperlich. Also, die fanden sich beide geil. Die hatten viel Spaß miteinander, die waren öfters in der Dusche. Die haben sich sehr kündig gereinigt gegenseitig. Aber mehr war da nicht. Also, die hatten ja gar kein Gespräch. Nee. Ich wollte sagen, tote Hose. Also, tote Hose war ja nicht, aber auf Gesprächsebene schon. Tote Hose war nicht, aber sonst war alles andere tot. Ja. Auch das Date bei denen, das war so unangenehm. Die hatten sich einfach nicht zu sagen. Du hast gerade das Thema Alkohol angesprochen. Das ist interessant. Trinkst du eigentlich generell Alkohol? Nein. Ich vertrete. Schade, schade jetzt. Also, nicht, dass es wichtig ist zu trinken, aber ich frage mich immer, es ist ja absolut legitim, Alkohol zu trinken, so. Ich frage mich immer, warum man sich in der Fernsehshow so volllaufen lässt. Also, das ist ja eigentlich, wo ich sage, das würde ich nie machen. Also, weißt du, ich trinke auch mal Alkohol ganz, ganz selten. Ich wüsste jetzt schon nicht, wenn ich das letzte Mal gemacht habe, weil es schon so lange her ist. Aber, wenn ich jetzt in so eine Sendung gehen würde, was nie passieren wird, ich sage nur. Warum? Ich glaube, du wirst dir unterhalten. Ja, ja, ja. Ich kenne mich zu gut. Ich kenne mich zu gut. Ich und die falschen Leute, dann ist dort Krieg, ja. Aber, okay, ich sage niemals nie. Vielleicht komme ich mal in eine Situation, wo ich es doch machen muss. Aber, ich schwöre dir, ich würde zum Beispiel kein... Lass du ein Couple-Challenge gehen. Ja, da gab es schon mal ein Gespräch, aber nee. Ich würde... Ja, das wäre eine Option vielleicht. Aber ich würde auch dort keinen Alkohol trinken. Das wäre geil, oder? Was? Die Spiele sind doch mega lustig. Die Spiele sind geil. Aber weißt du, guck, pass auf, erstmal noch mal zum Thema Alkohol. Also, ich würde keinen Tropfen trinken, weil ich weiß, wie das wirkt. Deswegen verstehe ich immer nicht, dass die da alle so viel trinken. Und um deine Frage jetzt auch mal zu beantworten, aus meiner Sicht, warum ich da nicht so offen bin. Also, was heißt nicht offen? Ich habe gerne meine Ruhe. Und ich habe ein absolutes Problem damit, wenn ich mich nicht zurückziehen kann. Und eure Villa dort war natürlich relativ groß. Täuscht das wahrscheinlich auch nur? Nein. Nein. Also, die war schon nicht klein, ja. Aber da hast du vollkommen eigentlich, also Privatsphäre. Genau. Und wenn ich dann jetzt, wenn du sagst, so Couple Challenge oder Sommerhaus, dann schlafen die da ja auch alle in so einem kleinen Rau. Und das ist für mich ein Albtraum. Das kann ich, ich möchte meine Ruhe haben. Aber was dazu kommt, du kannst dich zwar vielleicht mehr zurückziehen bei Bachelor in Paradise, also im Vergleich zum Sommerhaus, weil da ist doch alles sehr eng, aber was dazu kommt bei Bachelor in Paradise, du hast keine Spiele, du hast keine Ablenkung. Das stimmt, ja. Und du bist die ganze Zeit nur mit deinem Partner beschäftigt oder eben auf Partnersuche. So, der Markt wird auch nicht viel größer, der bleibt hier ziemlich relativ konstant. Beim Sommerhaus der Stars und bei Couple Challenge, auch wenn du mal keinen Bock hast auf die anderen Leute, du kannst dich auf die Spiele konzentrieren. Okay, ich bin hier, ich versohle denen allen den Hintern, ich gewinne jedes Spiel und dann können die mich gern haben, wenn man halt die anderen nicht mag. Weißt du was? Ja, ja, ja. So ein Ziel, ein Fokus und man konzentriert sich darauf und bei den Spielen ist man ja auch wieder weg von den anderen, man fährt dorthin, man verbringt dort Zeit, man fährt wieder zurück. Da hat man ja auch ein bisschen Abstand von den anderen. In der Bachelor Paradise Villa hast du die ganze Zeit, außer du bist halt auf eine Idee. Ja, sind die Tage dann, also sind die lang? Kommen die dir lang vor? Ich war, ich war, ich war ja nicht so lang dabei. Ja, ja, aber Dieter, wo du warst? Ja, ja, also bei mir ging's noch, aber ich glaub einen Monat lang in der Villa, da wird mir echt die Decke auf den Kopf fallen. Kommt drauf an, wie man eingestellt ist. Also mir ging's genauso, ich würde schon nach einer Woche so gehen, aber es gibt ja auch Leute, die leben und lieben dieses Reality-TV. Also ich glaube ja zum Beispiel, ich nehm jetzt einfach mal Serkan als Beispiel, ja, der ja voll Bock auf sowas hat, ist ja nicht seine erste Show. Ich glaube, der liebt und lebt das und den stört's vielleicht nicht so, aber irgendwann... Ja, aber irgendwann mal ist die Luft draußen, so. Man hat das dann auch schon gemerkt, ich muss sagen, so noch die ein, zwei Folgen nach mir, fand ich auch noch mega spannend, hab ich gern schon. Und danach war sie irgendwie schon so, okay, man hat schon gewusst, welche Perle... Ja, das stimmt. ...dann rausgestellisieren und dann ist nicht mehr viel passiert. Nee, da irgendwann ist, genau. Deswegen hat die Produktion dann auch so keine Spiele reingehauen, wie Fragespiel und Twister, weil einfach nichts mehr passiert ist. Genau, irgendwann ist alles auserzählt, ja. Das hätte sich nicht mehr verändert, ja. Das hätte, es hätte nichts mehr verändert, so. Könntest du dir eigentlich auch mal vorstellen, dass du nochmal, ich meine, du hast jetzt diese Erfahrung ja eh schon gemacht, vorher auch schon, aber sowas würdest du auch bei der Bachelorette zum Beispiel mitmachen als Kandidat? Oder bist du da nicht so scharf drauf, ne? Nee, Bachelorette gar nicht. Ich hatte sogar eine Anfrage vor Bachelor in Paradise für Bachelorette und ich hab abgelenkt. Aber bist du generell offen noch weiterhin für Reality TV? Ja, also ich muss sagen, es hat mega viel Spaß gemacht und ich hab's wirklich genossen, jede Sekunde dort. Deswegen, ich fand's voll schade, dass es auch so schnell vorbei war. Ähm, deswegen, ja, ich bin, ich hoffe sehr, dass noch andere Projekte reinkommen, weil es mir einfach mega viel Spaß macht. Aber was war, okay, gut, die Frage übert sich, aber ich würde mal sagen, weil es wahrscheinlich, äh, Australia's Next Topmodel war wahrscheinlich am anstrengendsten, weil du da wahrscheinlich am längsten warst, ne? Ja, was heißt anstrengend bei der Ausrednis Topmodel war es anstrengend in der Hinsicht? Wir waren am Anfang 18 Kandidaten und wenn du da mal ein Shooting gehabt hast, da wurdest du, ich weiß nicht, um 5 Uhr in der Früh geweckt und bis jeder beim Shooting war, bis jeder beim Interview war, das hat ewig lang gedauert. Also da war es körperlich sehr anstrengend, weil die Shootings ja auch sehr herausfordernd waren. Wir hatten Shootings, ähm, wo wir uns beim Wiener Riesenrad, ähm, 65 Meter Höhe rausgehangen haben. Ähm, das, das, das geht schon auf die Substanz oder wo wir Kopfübershooting gehabt haben, wo wir irgendwie drei Minuten Kopfübershooting gehabt haben, wo du denkst, wie du gemerkt hast, wie das Blut in deinem Kopf pulsiert und du bist kurz vor der Ohnmacht. Also es war körperlich schon sehr, sehr anstrengend, ähm, aber ich würde jedes von den dreien sofort wieder machen, weil es einfach mega, also ich, ich habe mega viel Spaß dabei und, ähm, ich sehe das nicht als Arbeit oder als Anstrengung, sondern es macht einfach nur Bock. Gab es, gab es eigentlich jemanden jetzt bei Bachelor in Paradise, mit dem du so gar kein Draht hattest, egal ob Mann oder Frau, wo du so dachtest, geht gar nicht, kann ich gar nicht mit, klar, komme ich nicht mit klar? Okay, wenn du so lange, würde ich gerade sagen, wenn du so lange überlegen musst, dann kamst du mit allem gut aus. Ich kam eigentlich mit allem gut aus, nur halt eben im Nachhinein, was ich, was ich von Donja gesehen habe und von Gustav, äh, fand ich es da nicht so cool. Auch, äh, auch, äh, auch bei der, ähm, beim Wiedersehen, wo Donja grundlos auf Brian losgeht und sagt, du hast das Spiel verloren. Ich glaube, die hat nicht ganz verstanden, worum es hier geht. Das ist hier kein Spiel, wo es um Gewinnen oder Verlieren geht, sondern es geht darum, so den Partner fürs Leben zu finden. Und mit der Aussage hat Donja eigentlich wieder gezeigt, äh, ja, was sie für ein Mensch ist. Ich, ich, ich war total überrascht so, auch, dass sie so, so plötzlich so, ich will jetzt nicht sagen, aggressiv war, aber sie ist ja sehr offensiv auf dann, auf ihn zum Beispiel los. Und ich habe sie ja in der Sendung ganz anders wahrgenommen. Also, ja, nein, ich, es kam ja, es, ich könnte so viel über Donja erzählen. Janni, wir wollen ja hier auch nicht lästern oder so, oder falsche Tatsachenbehauptungen ausstehen. Ich will nicht, dass das rüberkommt wie eine, wie eine Retourkutsche. Ich kann, ich kann sehr gut einstecken. Ich habe schon viel, viel größere, äh, ähm, Schüsse vor den Bug bekommen. Ich finde halt, die Art, wie das gemacht worden ist, finde ich halt, finde ich halt, man kann solche Dinge ganz anders machen. Ja, ich bin zum Beispiel Denise Jessica, die mich ja quasi rausgekickt hat, aber ich bin ja null böse. Ich bin ja null böse, weil ich es in gewisser Hinsicht verstehe. Bei Donja, das war rein eine, 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 eine boshafte Hinterrugsaktion, die ich halt nicht cool finde. Aber was, aber... Wenn es von Donja wäre, oder von Gustav, oder von, von Samira, ich fände es von jeder Kacke. Nur hat es mich halt jetzt betroffen in dem Moment, verstehst du? Ja, aber was... Aber ich finde auch zum Beispiel, ähm, die haben das so, äh, die haben das so dargestellt, ja, äh, die Donja ist, äh, ist jetzt gegangen, weil das ist nicht das richtige Format für sie. Ich finde das lustig, dass das so dargestellt worden ist, weil in Wirklichkeit war es so, dass die Männer einfach kein Interesse an Donja hatten. Das muss man ja auch klipp und klar sagen. Äh, Maurice fand sie, also, fand sie attraktiv, fühlte sich zu ihr hingezogen. Der hat, nach einem Gespräch, ist der sofort wieder zu Jacqueline geflüchtet, so. Weißt du, was ich meine? Ja, ich finde aber auch ganz ehrlich, also jetzt gar nicht böse gegen sie, ich finde, man hat es auch schon so ein bisschen gemerkt, dass keiner so, jetzt so ein krasses Interesse an ihr hat, wo man ihnen sagt, das matcht für mehr. Naja, das waren alles, das war alles so locker, wie wenn ich mit einem Bekannten auf der Straße spreche, aber total unverbindlich, wo man gar nicht drüber nachdenken muss, dass es in irgendeiner Art und Weise weitergehen könnte. So habe ich das auch wahrgenommen. Aber, aber, sie ist da nicht unschuld an der Situation. Wenn du, wenn du mit ihr geredet hast, du hattest immer das Gefühl, dass sie einen Tick zu laut spricht. Du hast immer das Gefühl gehabt, sie redet gerade nicht mit dir, sondern sie redet gerade, dass das Mikrofon jedes Wort mitbekommt und dass die Kamera alles mitbekommt. Und, also, 24 Stunden am Tag war das Thema Instagram. Also, es ging die ganze Zeit nur um Instagram. Und die ganze Zeit, dass sie erzählt, wen sie nicht alle kennt, mit wem sie nicht alle gut befreundet ist, Gerda ist auch die ganze Zeit aus ihrem Mund gekommen. Die Gerda ist meine beste Freundin und ich habe für die Gerda Goudis gemacht. Die macht entscheidend irgendwelche Goudis für andere Instagramer. Und das war halt die ganze Zeit Thema und wir konnten es am Ende einfach nicht mehr hören. Und was mich auch sehr schockiert hat, war, Denise Jessica, als die Donja da intrigiert hat, sitzt der Denise Jessica auf der Schaukel, mit so großen Augen, mit weit aufgerissenem Mund, guckt die Donja an und frisst ihre Weisheiten quasi, wo ich mir denke, Denise Jessica hat von Donja am allerwenigsten in der Villa gehalten. Jedes Mal, wenn die Donja nur den Mund aufgemacht hat, hat die Denise Jessica mit den Augen gerollt, ist aufgestanden und ist gegangen. Und ich habe sie dann auch noch immer aufgezogen und gesagt, hey, warum gehst du, bleib doch. Und sie so, nein, ich kann mir das nicht anhören. Und dann sitzen die und sie nimmt jedes Wort von dir auf, als wäre sie ihre allerbeste Freundin. Wo ich mir sage, Mädchen, du, naja, das war ja auch noch. Und als Maurice und Jacqueline da diese Auseinandersetzung hatten, wo er anscheinend gesagt hätte, er findet ihn nicht attraktiv, dass sie schon zwei Kinder hätte, hat er ja gar nicht so gesagt. Wer hat das denn groß gemacht? Donja. Ja, 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 das hat es, ja. Und als er dann so auf ihn eingetreten hat, als er eh schon am Boden gelegen hat, der Typ, ich weiß nicht, 1,80, 1,90 Typ, zwei Meter breit, horcht eh schon, versteckt seine tränenden Augen mit einer Sonnenbrille. Und was macht Donja? Statt einfach mal ein bisschen Taktgefühl zu zeigen, haut die noch drauf hin, so, ja, ich finde das voll nicht in Ordnung, dass du so was sagst. Sie ist eine tolle Frau und sie ist eine tolle Figur. Er so, hey, das habe ich nie gesagt. Die hat ihm komplett die Wörter im Mund umgedreht, vielleicht auch, weil er nicht die Rose gegeben hat, obwohl er doch mit ihr gequatscht hat, also. Aber war das vielleicht, ich meine, ja, das ist ja dann ihr, ja, erzähl. Und da hat Denise Jessica, da ist sie an die Decke gegangen, da hat sie zu mir gesagt, hey, was mischt ihr sich da ein bei den anderen? Und dann lässt sie sich von derselben Frau bei ihr selber sich einmischen und sieht das nicht. Und da dachte ich mir, Denise Jessica ist eine taffe Frau. Da denke ich mir so, hey, wieso checkst du das in dem Moment nicht? Ich habe dich ganz anders kennengelernt. Ja, das ist krass. Und ich glaube auch, weil du jetzt gesagt hast, dass die Männer nicht so Interesse an ihr hatten. Das war vielleicht auch ganz clever zu sagen, ich gehe aus eigenen Stücken, weil in der nächsten Rosennacht hätte ihr ja keiner die Rose gegeben, weil sie ja mit ihm angewandelt hatte. Genau das war der Grund, warum sie gegangen ist, nicht weil es nicht das richtige Format ist für sie. Und was ich, was jeder mal zeigt, nicht was jetzt die Donja ist, es hätte mich auch bei jedem anderen gestört, aber was ist das denn für ein Charakterzug? Du findest dein Glück nicht, also gönnst es auch keinem anderen. Gib doch die Rose, gib sie doch irgendwem von den Typen und dann geh am nächsten Tag. Warum nimmst du jemandem die Möglichkeit, nur weil dir es mies geht oder weil es bei dir nicht so gut gelaufen ist, warum reichst du den anderen mit in den Abgrund? Das habe ich auch nicht verstanden. Ja, stimmt. Okay, was heißt das? Stimmt, man kann ja auch so einfach gehen, ne? Ja, ja, stimmt. Da war ja auch. Es sind ja auch andere zwischen. Denise, Jessica ist ja auch einfach mal so gegangen. Ja, gut, aber guck mal. Nee, nee, ich meine ja. Nein, ich weiß genau, was du meinst. Du meinst, man kann ja die Rose jemandem geben, dass der andere noch die Chance hat, die jemanden kennt. Und am nächsten Tag sagst du einfach, ich gehe nach Hause. Das heißt, du bist ja nicht gezwungen. Genau, du bist ja nicht gezwungen, jemand anderen mit nach Hause. Okay, ich verstehe, was du meinst. Ja, ja, ja. Jemanden in die Suppe gespuckt. Genau, so wie es ja Denise, Jessica auch gemacht hat. Die ist ja für sich alleine gegangen, ohne jemand anderen mit nach draußen zu nehmen. Zu reißen. Genau. Ja, ja, habe ich verstanden. Auch wenn du dann auch vielleicht vorher gehst, dann hat auch die Produktion die Gelegenheit, noch wen reinzuschicken. Ja. Es gab ja genug, die dann gewartet haben im Hotel. Die haben sich auch gelangweilt. Die hätten sich gefreut, wenn die früher in die Villa gekommen wären. Und dann mischst du das Ganze wieder. Ja. Und dann gibt es sie wieder wieder. Aber so, es geht doch gar nicht darum, ich weiß, dass ich nicht die Rose bekommen hätte. Ich hätte sie auch nicht gewollt, von mir in dem Moment. Aber gibt es ja einen Brian, gibt es ja einen Janni. Warum reißt du die mit? Ja, ja, ich verstehe. Du hast nie im Leben gemacht. Verstehe ich. Ja, ja, da habe ich ja gar nicht so. Das ist ein sehr interessanter Ansatz, weil da habe ich in dem Moment gar nicht drüber nachgedacht. Aber du warst natürlich absolut recht, ja. Ja. Crazy. Ich danke dir für diese ganzen Eindrücke. Ja. War sehr spannend. Ja, gerne. Ich finde es mega gut, dass du mir auch die Gelegenheit gibst, mich so mal zu äußern. Ja, ich will ja immer so ein bisschen Backstage-Informationen haben. Und da du ja schon nicht beim Wiedersehen warst. Ich dachte, das hat einen anderen Grund, dass du nicht beim Wiedersehen warst, aber du warst krank. Ja, dachte ich, da muss ich jetzt nochmal nachhalten. Weil du nicht beim Wiedersehen warst? Ja, weil du Corona hattest, oder? Weil wir den Trailer gedreht haben für den Bachelor. Ich hatte leider Corona. Ja. Ich lache jetzt. Nein. Ich weiß, dass es nicht stimmt, weil du würdest es niemals hier vor der Kamera sagen, wenn es so wäre. Weil dann würde es nämlich richtig Ärger geben. Aber vielleicht wirst du es ja irgendwann mal. Ich weiß es nicht. Ich danke dir erstmal. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr das in die Kommentare machen. Oder ihr folgt ihm bei Instagram. Das ist übrigens in der Infobox verlinkt. Und dann bin ich mal sehr gespannt auf euer Feedback. Dein Feedback habe ich ja jetzt sehr ausführlich bekommen. Und deswegen verabschiede ich mich an dieser Stelle bei euch da draußen. Und sage bis zum nächsten Mal. Je denn das ist, das ist mein Jay. Und ich weiß, wir finden das so sehr damit. Also bei glaube ich, dass es so Olá. Ich weiß nicht hier. Ich weiß nicht, dass wollte ich nicht in die substituteheit. Ich weiß nicht, warum es geht in die nächste Schule. Und dann ist es etwa wunderschön. Vielen Dank.